Auf jeden Fall. Oh, wir sind alle zusammen. Also geradeaus ist ein Jen. Jetzt guck ich mal, hier müsste ja auch noch irgendwie einer sein. Also wenn du ein Totem entdeckst, auf jeden Fall. Gender. Ah ja. Ne, es war ein kleines. Nö, wenn es normales ist, dass es nicht brennt. Hat er es kaputt gemacht, ne? Ist äußerst ärgerlich. Äh, was ist denn das für ein Killer? Oh, der Retter. Und dann laufen wir hinter durchweg. Das ist nicht die Killer, das ist mein Hauptgebäude oder was? Ich höre hier ein Jen. Ähm, ne, ich bin da, wo wir ungefähr gespawnt sind. Und da, also das ist in der Nähe vom Ausgang, da ist ein Jen, da sitze ich dran. Und da wo denn noch? Ja! Ich bin da, also mehr Bakern. Ich habe da hin und dann, wo du siehst. Was ist das? Ah, dass wir die Team sind. Uh. Ich glaube nicht. Den ziehen wir auch noch durch. Ich muss ein... ich muss äh... ja, ich muss retten. Ja. Wo hier? Äh, ihr? Oh wow, ja. Ja, er steht da. Sau dumm, Mann. Er hat mich geschnappt. Ich dachte, er verfolgt dich. Nicht retten jetzt! Oh, er schmeißt mich nicht mehr drunter. So, ich krieche jetzt immer auf jeden Fall weg. Ja, aber jetzt blick ich halt die ganze Zeit im Radius. Ist doch bescheuert. Wieso... wieso geht das vor allem? Weißt du? Ich dachte, man kann diesen Haken so kennenlernen. Ah ja. Sollen wir dann resetten? Ist nur eine freie. Ich weiß gerade auch nicht so genau, wie ich das dann machen soll. Ich heile mich. Versuch's da unten. Ja, er kommt wieder. Nein! Nein! Und da mir her? Scheiße! Scheiße! Oh, die eine ist ja... genau. Und die eine ist am Jam, das ist sehr gut. Dann hat er bestimmt noch Nötiges. Genau. Okay, er geht weg. Ja. So, er kommt auf dich zu. Oder wer das ist? Äh. Oh ne, warum gemacht das? Ja. Den leider nicht. Zeichen Johnny. Wir machen hier gerade Heilungs-Action, wie du siehst. Äh. Oh, ungewöhnlich ist das im Weg gerade. Nö. Die andere. Die sieht so ähnlich aus wie ich dir da auch den Strohhut auf. Wo genau ist der? Also in der Nähe da, wo du gerade... Ah. Wie weit ist denn der Jam? Nee, du bist ja dann tot. Okay. Dann guck ich mal, ob ich hier noch was... Ich hab auch noch einen Jam gefunden. Aber er ist bei dem anderen, oder? Bei Hauzi? Da ist zumindest der Minion. Ah ne, er hebt auf. Ja. Ach du Scheiße. Gerade explodiert. Ähm. Genau auf der anderen Seite. Wo der jetzt gerade aufgehängt wurde. Ja, genau da. Schnell hilft mir den Johnny hier zu heilen. Ich hab aus dem daneben gedrückt. Warum? Ich zeige mich. Er kommt zu euch. Ja. Ich gucke mal. Ah, da hinten ist noch einer. Oh Gott, die sind sehr nah beieinander. Doch, da drüben. Hä? Ich bin auch an einem. Der ist direkt neben dir. Okay, ich komm zu dir. Nee. Das schaffen wir nicht. Und dann muss aber einer retten. Das schaffen wir nicht, bis er hier ist. Ganz schnell. Ja. War das die Sterben? Why that? Wo ist der Ausgang? Okay, dann versuche ich ihn mal da wegzulaufen. Nein, er ist hinter mir her. Mach das Ding auf. Das schaffe ich nicht. Ich müsste ihn eigentlich einmal... Fuck, er kommt zu dir. Er kommt zu dir. Er hat keinen Bock auf mich. Ich bin gleich zum anderen Ausgang. Ah! Oh nein! Ah! 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 Ist das ärgerlich. Für mich ist es gut. Ja, die schlafen. Ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild. Ich schick dir mal ein Bild.